Megan Markele, die Herzogin von Sussex, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt, dieses Mal mit einem scheinbar lässigen, aber tadellos inszenierten Fotoshooting an Beverly Hills. Die ehemalige königliche Schauspielerin wurde am Donnerstag, dem 27. Juni, in einem sportlichen Ensemble gesichtet, als sie im Beverly Gardens Park am Santa Monica Boulevard, in der Nähe des trendigen Alfreds Cafés, lässig für Fotos posierte. Die Sichtung von Megan Markele in Beverly Hills war alles andere als zufällig. Megans Auftritt in der von Beyoncé entworfenen Ivy Park Sportkleidung war ein gezielter Schachzug, um ins Rampenlicht zu rücken. Ihr Outfit, kombiniert mit eleganten Turnschuhen und ihrem typischen glatten, glänzenden braunen Haar, vermittelte ein Bild müheloser Eleganz. Allerdings deutete die Anwesenheit einer Styliste, die an ihrem Obertal herumfuchtelte, während sie unbeschwerte Momente mit ihrem Team teilte, auf ein eher inszeniertes Szenario hin. Der genaue Zweck von Megans Fotoshooting bleibt im Dunkeln. Es ist jedoch bekannt, dass sie mehrere Projekte mit Netflix in der Pipeline hat und sich auf die Einführung ihrer Lifestyle-Marke American Riviera-Urchat vorbereitet. Diese Unternehmungen könnten durchaus von einer neuen Portion öffentlichem Interesse profitieren, das praktischerweise durch ihren jüngsten öffentlichen Auftritt geweckt wurde. Megan Markeles kalkulierte Auftritte Es gibt viele Spekulationen darüber, dass Megan Markeles öffentliche Auftritte nie dem Zufall überlassen werden. Der Zeitpunkt, zu dem dieses Fotoshooting mit Karte Middeltons bedeutendem öffentlichen Auftritt bei der Trooping-Decaller-Veranstaltung zusammenfiel, unterstreicht Megans strategisches Manövrieren zusätzlich. Es scheint, als würde sie ständig versuchen, wieder ins Rampenlicht zu rücken, egal wie gekünstelt der Versuch auch sein mag. Kritiker argumentieren, dass sie nur auftaucht, wenn sie gesehen werden will, eine Strategie, um in den Medien relevant zu bleiben. Zählung deutet darauf hin, dass Megan ohne diese inszenierten Momente Schwierigkeiten haben könnte, ihren Nachrichtenwert aufrecht zu erhalten. Einige behaupten, dieser Ansatz sei für eine Frau in den Vierzigern eher entmutigend, da sie eher unreif und gekünstelt wirke als wirklich spontan. Die Vorstellung einer inszenierten Begegnung wird noch plausibler, wenn man den gepflegten Zustand von Megans Haaren und Kleidung betrachtet. Im Gegensatz zu ihrem üblichen, eher zerzausten Aussehen wirkte sie sorgfältig gepflegt, was eher auf ein geplantes Ereignis als auf einen zwanglosen Ausflug schließen ließ. Beobachter stellen fest, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass jemand aus der Ferne auf diese Weise erkannt wird, es sei denn, es handelt sich um einen engen Freund oder ein Familienmitglied. Megan Markle hingegen scheint diese orchestrierten Sichtungen zu nutzen, um eine Illusion von Feenbegegnungen zu erschaffen. Die Beteiligung von Buck Ritt, einer Promifotoagentur, die für ihre inszenierten Paparazzi-Aufnahmen bekannt ist, heizt das Feuer der Skepsis zusätzlich an. Es gibt Vorwürfe, dass die Agentur vorab über Megans Aufenthaltsort informiert wurde. Der seltsame Clip, in dem sie sich zurücklehnt und lacht, gerade als die Kamera heranzoomt, lässt stark auf ein inszeniertes Szenario schließen. Dieses kalkulierte Manöver, um sicherzustellen, dass sie im perfekten Moment festgehalten wurde, unterstreicht den künstlichen Charakter des Ereignisses. Das wiederkehrende Thema inszenierter Begegnungen könnte sich letztendlich auf das Image von Megan Markle auswirken. Orchestrierte Auftritte können zwar dafür sorgen, dass sie in den Schlagzeilen bleibt, sie bergen aber auch die Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Je gekünstelt er diese Ereignisse wirken, desto schwieriger wird es für die Öffentlichkeit, sie als echte Figur zu erkennen. Dieser ständige Balanceakt zwischen Relevanz und Wahrung der Authentizität ist eine heikle Angelegenheit, und Megans jüngstes Fotoshooting in Beverly Hills hat den Ausschlag für ersteres gegeben. Im großen Stil der Promikultur sind inszenierte Fotoshootings keine Seltenheit. Allerdings hat Megan Markles jüngster Auftritt in Beverly Hills die Debatte über die Authentizität ihrer öffentlichen Persönlichkeit neu entfacht. Die kalkulierte Art ihrer Sichtung, gebahrt mit der Anwesenheit eines Stylisten und der Beteiligung von Buckgritt, zeichnet ein bildbewusster Orchestrierung. Während Megan ihre Karriere nach der königlichen Karriere vorantreibt, steht sie vor der Herausforderung, Medienpräsenz mit echter Authentizität in Einklang zu bringen, eine Aufgabe, die durch ihren jüngsten öffentlichen Auftritt noch komplexer wird.